Moini! Diese Woche, also am Freitag, dem 16. Februar, kommt endlich die Single Best Idea von mir raus. Genau, heute ist Schritt 4 dran. Und zwar, ihr habt jetzt Text und Beat und alles, was dazu gehört, fertig und könnt jetzt fleißig am Song üben. Das bedeutet, ihr nehmt euch am besten Gesangsstunden, um das professionell zu trainieren und ja, versucht einfach euren eigenen Stil damit einzubringen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall bald, sehr bald für den fünften und letzten Schritt.